Ja, hallo, servus, grüßt, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir widmen uns in der heutigen Folge einerseits um den gerade aufliegenden Goldbetrug in China. Das hat sehr deutliche Auswirkungen. Und im Anschluss gehen wir natürlich wieder ganz klassisch an die Schartanalyse, und zwar vom Goldpreis ran. Er hat sich ja extrem gut entwickelt und wie weiter noch laufen könnte, das machen wir dann in dem zweiten Teil. Gehen wir also rüber zum Goldbetrug, also einer der größten Skandale in den letzten, ja, letzten 10, 20 Jahren. Das wird sich jetzt noch ausstellen, hat in, oder ist jetzt aufgeflogen in China. Und zwar wieder ganz klassisch, in welcher Stadt könnt ihr vielleicht erahnen, ganz bekannte Stadt, zumindest seit Jahresanfang auch in Deutschland, und zwar Wuhan. Es geht um das Unternehmen Kin Gold Jewelry aus Wuhan. Also wie der Name schon sagt, handeln die dort mit Gold von Wuhan aus, also produzieren Goldschmuck. Und was haben sie gemacht? Um ihre Liquidität ein bisschen zu optimieren, haben sie Goldbarren oder vermeintliche Goldbarren bei den hiesigen Schattenbanken hinterlegt. So, weit, so gut. Nur, was jetzt stattgefunden hat, sie konnten bestimmte Kredite nicht mehr bedienen zum Jahreswechsel, sodass dann Kreditgeber, zumindest der erste Kreditgeber, angefangen hat, die Sicherheiten, also in dem Fall das Gold, zu prüfen und einzuschmelzen. Ja, und was kam dabei raus? Also wir kennen ja die Geschichten, dass Gold einen Wolframkern hat oder einen Kupferkern. Ja, in dem Fall hatte sich Kin Gold Jewelry dafür entschieden, doch um einen Kupferbarren, was ja deutlich weniger wert ist, einen Goldmantel zu platzieren. Nur, das Problem ist, es wurde nicht geprüft, weil, und so clever war der Chef von Kin Gold, er hat das Ganze versichern lassen. Also die Goldruhen, die er reingebracht hat, hat er bei den Sachversicherern versichern lassen auf die entsprechende Kredithöhe, sodass dann die kreditgebende Bank das nicht mehr in Frage gestellt hat, weil sie davon ausgegangen ist, dass die Versicherungsgesellschaft geprüft hat. So, der eigentliche Geschäftsführer ist auch kein Unbekannter, er ist ein ehemaliger Militär, sehr gut vernetzt und vielleicht reicht der Betrug, das muss natürlich noch nachgewiesen werden, sogar bis in die größten Kreise oder höchsten Kreise bei Versicherungsgesellschaften hinein. Um was geht es eigentlich? Es geht um Sicherheit im Wert von, was heißt im Wert, zumindest im Gewicht von 83 Tonnen Gold. Das heißt, es geht hier um mehrere Milliarden Euro und, ja, Kin Gold Jewelry ist wahrscheinlich eine Anlehnung an Kinross Gold, ja, um zumindest ein bisschen Größe darzustellen. Kinross Gold ist ja einer der größten Goldproduzenten und im wahrsten Sinne des Wortes hat man sich anscheinend den Namen dort abgekupfert und zwar, ja, man hat um den Kupferkern einen Goldmantel gezogen. Also, Kin Gold Jewelry wird aktuell noch an der Nasdaq gehandelt. Der Börsenkurs hat schon ordentlich gelitten, ist jetzt auf unter 10 Millionen US-Dollar gefallen. Ja, er wurde jetzt befragt, der Chef von den entsprechenden Trusters, also von den Schattenbanken, die das Gold beliehen haben, womit dann mehr Gold gekauft worden ist oder halt Immobilienprojekte mitfinanziert worden sind, die aber nicht alle gut gelaufen sind. Deswegen sind halt ein paar Darlehen davon ausgefallen. Und, ja, und letztendlich, es zieht sich jetzt gerade, jetzt kommen die nächsten Schattenbanken, die auch das entsprechend prüfen. Es geht hier um über 14 bedrohende Gesellschaften. Am meisten betroffen ist der China Minjeng Trust. Der hat ausstehende Kredite im Wert von über 4 Milliarden Yuan. Umgerechnet dürfte denn das, ja, 700 bis 800 Millionen Euro sein. Dann die Hengfeng Bank, der Dongguan Trust, Angseng Trust, das sagt uns alles nicht. Aber es zeigt eigentlich, wie weit das Kreise zieht, weil 83 Tonnen Gold, um die es sich handelt, macht 4 Prozent der Währungsreserven an Gold, also zumindest der Goldreserven von China aus. Also, das hat ja schon, kann schon einen Impact haben auf die komplette Goldproduktion, beziehungsweise auch, wenn jetzt mehr und mehr Investoren anfangen zu prüfen und dann feststellen, oh, es ist gar nicht so viel Gold da, wie wir eigentlich erwartet haben, kann es natürlich einen potenziellen Ausreißer bei Gold geben, und zwar entsprechend nach oben. Ne, nach oben, da ist oben, genau. Und der größte Sachversicherer ist auf jeden Fall auch mit betroffen. Das ist die PICC, PNC, also China Continent Property and Casual Insurance. Also vergleichbar mit dem HDI Gerling, ist ja der größte Sachversicherer von Deutschland, ist das der größte Sachversicherer da drüben. Und noch ein paar andere Versicherer, die dann wahrscheinlich weniger bekannt sind. Aber diese 83 Tonnen entsprechen auch 22 Prozent der jährlichen chinesischen Goldproduktion. Also es ist kein Pappenstil. So, und bei den Chinesen, was ja die größten Fälscher in allen Bereichen sind und das eigentlich seit 20 Jahren auch perfektioniert haben, also es fängt bei Maschinen an, diese 1 zu 1 Nachbauen, Überzüge, ja, von Kugelschreiber, alles Mögliche, von klein bis groß. Es ist nichts sicher in China. Das haben auch viele deutsche Produzenten schon erfahren dürfen. Oder auch international. Das ist ja nur einer. Und wenn nur einer das macht, okay, dann wären nur 4 Prozent der Währungsriserken von China betroffen. Wenn das aber mehrere gemacht haben, davon ist auszugehen, dann hat das schon einen großen Impact. Das heißt, der Goldpreis könnte dann mal schnell um 100, 200 Dollar steigen, wenn das jetzt publik wird, was es ja noch nicht ist. Zumindest im deutschsprachigen Raum habe ich das noch nicht gelesen. Von daher werdet ihr eine der Ersten sein, die davon erfahren. Ich packe euch auch mal den Link drunter von meiner anderen Website, wo ich gelegentlich Artikel mit rein stelle. Dann könnt ihr das nochmal genauer nachlesen. So, das eigentlich kurz und knapp dazu. Gehen wir jetzt rüber zur Scharttechnik. Ihr seht hier Gold auf US-Dollar-Basis. Jede Kerze ist ein Monat. Und ihr seht hier einmal den Tiefpunkt vom Gold. Und zwar war das hier im August 1999. Und dann der komplette Hochlauf, der im September 2011 das Ende gefunden hatte. Und zwar ging da der Kurs vom Gold um 662% bzw. 1668 US-Dollar nach oben. Im Anschluss die Korrektur schloss hier oben also meines Erachtens die Welle 1 ab. Dann der Runterlauf bis in den Dezember 2015. Das war ein Kursverlust von 45%, 874,40 Dollar. Und schloss dann hier die übergeordnete, eingekreiste Welle 2 ab. Und im Anschluss fällt natürlich dann, wer 1 sagt und 2 sagt, kommt im Anschluss die Welle 3. Die gliedert sich nach an Elliott-Wellen entsprechend auch wieder auf in Unterwellen. Und eine der Unterwellen ist dann hier im Sommer 2016 zu Ende gegangen. Dann wieder eine ABC-Korrektur über zwei Jahre. Bis in den Sommer 2018 rein, schloss hier dann die geklammerte 2 ab. Und meines Erachtens befinden wir uns jetzt aktuell hier in der aufwärtsgerichteten Welle 3. Und innerhalb dieser Welle 3, die natürlich auch wieder aufgeschlüsselt ist, sollten wir uns innerhalb des Finales befinden. Denn das Zielbereich für den Goldpreis wäre dann 1.860 bis knapp unter die 2.000er Marke, um im Anschluss dann nochmal zu korrigieren. Das wiederum ist hier die bullische Variante. Denn, das möchte ich nicht unerwähnt lassen, auch wenn ich das von der Wahrscheinlichkeit geringer einschätze, weil unser Finanzsystem einfach fertig ist, besteht natürlich die Möglichkeit, dass wir eine übergeordnete nebbenfalls hier erst eine WXY, das heißt, dass wir hier oben erst den Hochlauf, erst das zweite Bein des Korrekturmusters beenden, um dann nochmal einen drastischen Abverkauf hinzulegen. Also ähnlich wie diese Sequenz, erst mal runter, dann wieder hoch, um dann nochmal nicht abzuverkaufen. Das könnte hier auch sein. Das heißt, dieser Runterlauf wäre dann dieser Runterlauf und dann der Hochlauf, den man hier gesehen hat. Das wäre gerade die Phase, wo wir jetzt sind und im Anschluss einen nochmaligen, kleineren Abverkauf. Ja, wie tief, vielleicht hier nochmal aufzusetzen. Das ist alles möglich. Natürlich möchte ich euch auch nur erwähnen, weil ich das nicht ausschließen kann, auch wenn ich das Szenario weniger wahrscheinlich einschätze. Genau, dann sind wir hier im Monatschart, dann springen wir jetzt rüber im Tagesschart, damit wir noch ein bisschen genauer ein Gefühl bekommen, wo wir uns befinden, denn zumindest meine Sichtweise. Die schwarzen Linien, die hier rüber gehen, das sind jeweils die Pivot-Linien auf das Jahr berechnet. Also hier ist der Jahrespivot, dann der erste Widerstand, der zweite Widerstand. Da haben wir hier ein bisschen uns drin aufgehalten. Konnten kurz drüber lupen, wieder runter. Jetzt haben wir es geschafft, darüber den Wochen und auch den Monatschlusskurs. Das ist ja hier letztendlich gestern der Monatschlusskurs. Und das schaltet dann den nächsten Zielbereich frei, um dann an den Widerstand bei ca. 1920 US-Dollar hochzulaufen. Also das wäre dann das nächste Ziel hier für die Welle 5, der 5, der geklammerten 3. Und dann sind wir genau in diesem Zielbereich, wo auch die Fibonacci-Linien hinzeigen. Genau, also das wäre jetzt meine schadtechnische Einschätzung zum Goldpreis. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann natürlich wie immer Abo dalassen und Daumen hoch bei Fragen. Bitte in die Kommentare. Mich würde es auch interessieren, wie schätzt ihr denn die Lage beim Goldpreis ein? Kriegen wir nochmal diesen deutlichen Abverkauf oder ist so mein Hauptfavoritenplan der richtige? Ich weiß es nicht. Also von daher bin ich auch über eure Kommentare unten drunter gespannt. Und natürlich den Link zu diesem Goldbetrug in China packe ich euch natürlich auch entsprechend drunter. Von daher, ich wünsche euch eine hervorragende Woche. Und wenn es euch gefallen hat, dann teilt es doch, das Video. Weil es könnte sicherlich noch den einen oder anderen interessieren. Von daher, ich melde mich ab. Tschüss sagt euer Stefan Bode hier aus Hannover. Das Video.